Größte Neuerung, was die Fans betrifft, ist es wirklich, dass wir heuer die Tickets erst mal geklimitiert haben. Das heißt, ich bitte alle, die wirklich zu den Harnenkamerinnen kommen wollen, sich online ihr Ticket zu besorgen. Es ist so, dass wir am Samstag mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit oder eigentlich sicher davon ausgehen, dass wir ausverkauft sind. Das heißt, alle für Samstag, die zuschauen wollen, schaut, dass es rechtzeitig zu den Tickets kommt. Es gibt vor Ort keinen Kartenverkauf. Freitag und Sonntag schaut es mit den Kapazitäten noch gut aus. Da können auch Kurzentschlossene gerne auf der Anreise online noch ihr Ticket lösen. Also Limitierung klingt sehr drastisch. Unser Ziel war einfach, dass wir uns quasi auf eine Gesamtzahl an Zuschauern einigen, was wirklich aus unserer Erfahrung noch sehr gut zu bewältigen ist. Und das sind pro Räntag 45.000 Zuschauer.